Hallo und weiter geht es. So, wollen wir mal gucken, wie wir hier rauskommen. Ich nehme mal an. Tja, jetzt wissen wir, wie alles künftig wurde. In dem haben wir alle platt gemacht heute mit dem Ding. Ja. Oh, nun geh doch raus hier. Oh! Wow! Und tot! Oh, nun? Tja, jetzt wissen wir, wie Arthus künftig wurde. Move, Lara! Wow! Oh, und nun? Nun, willst du dich noch umsehen, Lara, oder bist du fertig? Wir fliegen nach Bolivien zurück. Dann sehen wir weiter. Ja, okay. Gut, dann werden wir das auch geschafft. Ach, jetzt hast du wieder... Dafür brauche ich einen klaren Kopf, Leute. Also bitte lenkt mich nicht ab. Viel Glück. Okay, ich nehme mal an, das ist der finale Kampf, ne? Ja. Jeder, der sich zwischen mich und dem Stein stellt, stirbt. Halt! Ich will nicht, dass etwas Schlimmes passiert. Also komm lieber nicht näher. Gut. Das ist he? Wow Okay, das war der letzte Es tut mir leid, Amanda Wirklich Was tust du? Geh sofort da weg Deshalb bin ich hier Das brauchst du nicht Wir können es beide tun Es funktioniert nur einmal Und ich werde es tun Oh nö Ach Boah Das viel treffliche Trotz Dass ich hier In den Felsen bin Vielleicht kann ich mir doch Und falten Boah Alter. Oh, kacke, 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 aah, kacke. War nicht schnell genug. War nicht schnell genug. War nicht schnell genug. War nicht schnell genug. Untertitelung des ZDF, 2020 Gut! Oh Mann, was geschieht jetzt? Nein, zurück! Oh Gott, was ist das? Da etwas ist nicht... Was? Wer bist du? Mutter, ich bin's, Lara, deine Tochter! Was? Was ist mit meiner Tochter? Fass das Schwert nicht an! Tu ihr bitte nichts! Ziehen Sie das Schwert raus! Was? Nein! Mutter, Mutter, hör mir zu! Es explodiert, wenn Sie das Schwert nicht rausziehen! Oh Gott, nein! Miststück! Du hast alles ruiniert! All die Jahre hab ich mir die Schuld gegeben! Dabei warst du es! Du hast sie getötet! Getötet? Sie ist nicht tot! Sie ging dorthin, wohin ich gehen sollte! Wo du sein könntest! Bring jetzt endlich Licht in die Sache! Oder ich töte dich hier auf der Stelle! Du sollst das Schwert rausziehen! Hab ich gesagt! Wo ist meine Mutter? In Avalon! Es ist kein Mythos! Verstehst du das nicht? Du wirst es nie verstehen! Ich verschwende nur meine Zeit! Jede Sekunde, die du jetzt noch lebst, ist ein Geschenk von mir! Laura? All die Jahre dachte mein Vater, meine Mutter wäre am Leben! Ihn hat es angetrieben! Ich hab ihn deswegen bemitleidet! Alles da? Geh sie zurück ins British Museum! Ruf mich an, wenn du dort bist! Nimm dir was zum Umziehen mit! Du wirst länger bleiben! Okay! Bin schon weg! Sip! Ruf Professor Eddington im Cavendish Labor an! Arrangier ein Treffen! Ist gut! Was soll ich ihm sagen? Sag ihm... Sag ihm, mein Vater hatte mit allem Recht! Und dass wir vielleicht immer noch etwas tun können! Ja, also... Ich fand das Spiel gut, ich fand's besser als Anniversary, oder ich kann ja kein Englisch! Auf jeden Fall, bis auf den, ein Boss-Fight mit dem, äh, Seeungeheuer dort in England, den ich versuche hier nicht klein gekriegt hab, fand ich das Spiel, ganz ehrlich gesagt, etwas, wie gesagt, besser als Anniversary! Anniversary! Gut! Dann hab ich das ja auch geschafft! Dann hab ich das ja auch geschafft! Wissen, was kommt jetzt! Ah, Spielband! Na, okay, gut! Ja, gut! Dann, das war Lara Croft Top Rider Legend! Ich freue mich, dass ich's durch hab! Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit! Es wäre nett, wenn ihr mich auch bei weiteren Projekten von mir unterstützt! Und ansonsten, bis zum nächsten Mal! Bye, bye!